Hallo Leute! So, da wir ja immer schön langsam Schritt für Schritt weitergehen, kommt heute die vordere und hintere Gerade in der Vorwärtsbewegung dran. Und zwar aus der Kampfhaltung. Ich sage immer, ich gebe mir den Takt, in dem ich schlage, mit den Füßen vor. Und auch hier wieder mit dem Aufsetzen des raussetzenden Fußes geht die vordere Gerade ins Ziel und mit dem Ausgleichen des hinteren Fußes geht die hintere ins Ziel. Ich zeige es mal langsam. Denk dran, beim Zurücksetzen wieder umdenken. Denn beim Vorwärtsgleiten oder Setzen fangen wir mit dem vorderen Fuß an und der vorderen Gerade. Nachher, bei der Rückwärtsbewegung, setzen wir den hinteren Fuß nach hinten und schlagen trotzdem die vordere. Deswegen umdenken. Ich zeige es auch nochmal, wie immer aus der Seitenansicht. Das ist das, was wir mit der Rückwärtsbewegung. Abwärtsbewegung. Das ist das, was wir mit der Rückwärtsbewegung. Man hat das, was wir mit der Rückwärtsbewegung wie immer aus der Rückwärtsbewegung. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.